Soll das werden? Weißt du uns mal kurz allein? Hat dir das Haus ein Glück gebracht? Bist du zum ersten Mal hier seit damals? Ja, seit der Beherdigung. Sieht cool aus. Ich will ja nur mal gucken, ob das eine richtig enormische Nudel ist. Oh, ab, du. Mann, ich hab mich so vermisst, die Arschlöcher. Wisst ihr das? Sag mal, ist eure Mutter eigentlich noch im Gefängnis? Du romantisierst sie total mal an. Sie hat uns wieder allein gelassen. Ey, wenn das hier unser Abschluss ist, ne? Dann möchte ich auch noch einen letzten Kuss haben. Volker, ey. Also so einen richtigen. Ich hole Mama ab, oder? Ey, ich würde nicht mal auf ihre Beerdigung gehen. Aber warum bist du dann hergekommen? Weil ich das Haus verkaufen soll. Fühlst du dich denn als Opfer? Natürlich. Aber ich heul deswegen nicht rum. Ich will halt nach vorne blicken. Halt mich, mein Leben. Halt mich, halt mich. Halt mich, halt mich. Halt mich, mein Leben. Ich bin, ich bin, ich bin, mein Leben